So, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Your Mission am Mittwoch. Heute, let's play, ich mal die, 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 die Mission von Homer Simpson namens Doberman. Ich hab ja deine Nachricht schon bekommen und hab's auch gelesen. Jetzt hab ich das auch verstanden und, ja, spiel dann mal jetzt mal deine Mission namens Doberman, ne, Doberman. Und diese drei Missionen sind von Furz110, das ist diese Alien City, das wird dann auch am Mittwoch, glaub ich, kommen oder am Sonntag, das weiß ich nicht. Und einmal die Verstärkung von 9100 Eric. So, fangen wir aber mit Dobermane an. Wie schon gesagt, ich wollte es ja mal Let's Play, aber es ging nicht, weil ich nicht wusste, wo dieses eine Paket da ist oder sowas. Listen to me, you leave him on the streets, got me? Carver, you piece of rat shit, bitch. Having a bad day, Officer Tempen? Hey, don't even think that that approaches you, Ma Johnson. And Hernandez, don't ever laugh at me again. Get over there and get my fucking phone. Move it! Carver pulls in Poncho and he's gonna fold. Well, it's a good thing we got our Doberman here to deal with it. You listening, Carl? Nah, I didn't hear nothing. Hey, don't yank my dick, Carl. You get over there and freeze that bus in East Los Santos. And Poncho doesn't make it into custody. You get me? Yeah, whatever, man. Get your ass out of here. There should be some weed being bagged as evidence. Think of as a little opportunity we threw your way. Fahr zu Poncho, bevor er verhaftet wird. Ach, scheiße, ich hab noch die ganzen, äh, Dinge ausgeschaltet. Ähm, schon besser. Ja, ihr wisst, ich hab ja, dings, äh, das Vedetta-Video gemacht. Also, äh, diese kleine, diese kleine Episode da. Und ja, da hab ich mal diese ganzen, um, rechts und unten, links, hab ich das ausgeschaltet. Damit, äh, die mich nicht nerven. Also, bei mir ist das, dass das so blöd aussieht. Und ja, natürlich wird es von diesen, ähm, ähm, also, Vedetta, also, Vedetta wird natürlich fortgesetzt. Episode 2 ist schon in Bearbeitung, der Auftrag. Und ja, ich glaube, dass er so staffelweise, es wird so GTA-Film sozusagen. Wenn ich mit diesem Film sozusagen fertig bin, kann ich ja noch weitere Filme machen. Und man geht das an, das, weil, keine Ahnung, es macht mir einfach Spaß, sowas zu machen. Und, ja. Gefällt mir einfach. Ich hab zum ersten Mal San Andreas, äh, Studios benutzt. Und, äh, Cam-Hack, was anfangs ziemlich schwer für mich war. Und dann hab ich jetzt begriffen, wie das geht. Und, joa. Pillipalle ist das jetzt. Ach ja, und die Waffen-Skins hab ich deinstalled, weil das sah so kacke aus. Einfach. Another day, another scumbag off this street. Too much damned overtime. Tenpenny, set me up! This doesn't concern you. Beat it. Police business. Did anybody frisk that guy? Shit, the bags burst. There's weed all over. Anybody want any of this? So, und wo ist jetzt das Gras? Du sagst, es ist hinterm Haus. Aha. Da haben wir es ja. Und schon wird ihn. Gewahrsam genommen, beseitige ihn. Verdammt jetzt. Sich verarschen? Und er fährt schon weg. Das gibt's doch nicht. Ey, du. Rauch aus dem Auto. So, auf zu Poncho. Oh, was? Da ist er ja schon. What the fuck? Okay. Und auf Wiedersehen. Poncho. Oh, was? Das war's schon? Also, Homer Simpson. Deine Map war ziemlich kurz. Deine Mission war ziemlich kurz. Und, ja. Ich schätze mal, das SWAT-Auto würde, müsste bestimmt weiter, 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 weiter fahren. Und nicht so, äh, nicht da stecken bleiben oder so. Das war, glaube ich, ein Fail gewesen. Und, jo. Im kurzen und ganzen war die Mission eigentlich ziemlich kurz. Und, naja. Hat sowieso ein bisschen Spaß gemacht. Schon. Aber das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist, dass das so kurz ist. Ich hab eigentlich damit gerechnet, dass noch irgendwas passieren wird. Aber, naja. Egal. Dann sehen wir zu meiner nächsten Let's Play Your Mission wieder. Bis dann. Und noch was. Ich möchte euch noch was kurz erwähnen. Wenn ihr gerne für mich Minecraft Adventure Maps oder sowas machen wollt, dann könnt ihr sie mir auch schicken. Ich kann auch die Adventure Maps und die ganzen anderen Maps für Minecraft auch let's playen. Aber dann wird, äh, sozusagen eine Let's Play Your Mission wird dann sozusagen weggelassen. Dann wird ein Minecraft Adventure Map reingemacht. Also, beides kann ich, glaube ich, nicht hochladen. Ich glaube, immer eins von beiden dann. Ich weiß es nicht. Aber mal gucken, ob ich überhaupt welche Maps bekommen werde. Also, von daher. Bis zu meinem nächsten Video. Bis dann. Na.